Ein Gute beim Farbekraut. Heute zeige ich euch mal unsere Weihnachtsbäumscherabteilung. Die sind gerade frisch aus dem Sauerland angeliefert worden und so gut riechen sie auch. Und hier sieht man die ganze Auswahl an Tannenbäumscher. Von der Nordmantanne über die Korktanne bis zu der Blaufichte ist alles verdreht. Und jetzt zeige ich euch mal, wie die Tannenbäumscher eingenetzt, also verpackt werden. Das ist auch immer wieder sehr interessant. Und flach entlegen. Ja, so schnell und so einfach geht das und dann kann man den Baum super leicht nach raus transportieren. Und das war's diesmal vom Farbekraut aus der Weihnachtsbaumabteilung. Man kann sich ja gar nicht mehr bewegen. Das habt ihr euch wohl so gedacht hier. Oder wer mich kauft. Das war's. Das war's.